Herzlich willkommen zum zweiten Tag Summer Breeze hier. Es wäre der Donnerstag und wir sitzen hier mit the one and the only Chris Boltenthal von Grave Digger. Aber nicht nur deswegen ist der Chris heute hier, weil er mit Grave Digger aufspielt, sondern es hat ein paar Jährchen gedauert. Manche würden sagen Jahrzehnte, aber du hast ein Soloalbum fertig. Warum hast du denn so lange gedauert oder war da nie ein Ansporn oder ein Besinnender? Ja, im Endeffekt wartet man eigentlich auf die richtige Gelegenheit. Und die hat sich jetzt ergeben und ich hatte einfach Lust, auch ein bisschen Zeit dafür. Und mit Tobi Kersting habe ich halt ein super Pendant, sag ich mal, als Gitarristen gefunden. Und auch da mit Lars Schneider und dem Patrick Klose als Drummer und Bassist. Und wir hatten einfach Bock, was zu machen und da war einfach mal losgelegt. Und das ist dann halt als Soloalbum Chris Bolten da als Steelhammer veröffentlicht worden. Da müssen wir nochmal drüber reden, weil letztendlich ein Soloalbum, also ich wäre egoistisch und eitel genug, dem einen eigenen Namen zu geben. Damit hat sie es. Aber du musstest den Steelhammer noch dranhängen. Warum denn? Ja, ich liebe Klischees einfach. Und da habe ich mir gedacht, Steelhammer ist irgendwie geil. Da weiß jeder direkt, worum es geht. Und habe dann oben drüber so eigentlich mehr oder weniger so kleinen Chris Bolten da, damit man auch so ein bisschen die Connection herstellen kann direkt. Und ja, ich finde es einfach geil. Mein Gott, ich bin mit Metal-Klischees aufgewachsen. Und höre seit meinem zwölften Lebensjahr Heavy Metal, Hardrock. Und ich liebe diese Klischees, ich habe sie immer geliebt. Von daher benutze ich sie auch bis zum Untergang, bis die Klappe sich öffnet, weiter Metal-Klischees. Die Ideen, die Songideen, die du da zusammengefügt hast, gab es die schon länger? Sind das Sachen, wo du sagst, die lege ich mal auf die Seite, wenn du für Gravedigger geschrieben hast? Oder sind die wirklich frisch? Ne, das ist ja in einigen Reviews unterstellt worden. Das wäre die Gravedigger-Restrampe. Aber ganz ehrlich, wir machen mit Gravedigger immer nur die Songs, die aufs Album kommen. Alles andere fällt weg und wird auch gar nicht für irgendwas anderes weiter benutzt. Und daher sind das alles komplett neue Songs. Also das ist nichts, was jemals von Gravedigger aufgefasst worden ist oder so. Und Tobi und ich und Lars und Patrick, wir haben die Songs alle neu geschrieben. Also das ist nichts. Auch da gibt es jetzt aber auch nichts, was überhängig ist, sag ich mal. Sollte es nochmal ein Stilhammer-Album geben, wird es auch da neue Songs geben. War es schwierig für dich? Dann letztendlich irgendwo, vielleicht weil es eben nicht Gravedigger ist, anders zu denken? Anders an die Sache herangegangen? Ja, auf jeden Fall. Ich finde, ich singe auch anders. Aber das Problem ist natürlich, ich habe natürlich so einen Grundtenor in der Stimme. Es ist genauso, als würde Udo jetzt in einer Reggae-Band singen oder Chris Boltendahl in einer Blues-Band. Da würden die Leute sagen, hey, das ist doch Udo. Irgendwann, das ist doch Sänger von Gravedigger. Da lässt sich halt nichts dran ändern. Und wenn ich dann auch noch ein Metal-Album mache, dann sagen die Leute, ey, warum machst du denn ein Metal-Album? Ja, was soll ich machen? Ein Reggae-Album oder ein Blues-Album? Ja? Als Chris Boltendahl? Keine Ahnung. Nein, nein, ich liebe Heavy-Metal und mache Heavy-Metal und deshalb ist auch mein Solo-Album Heavy-Metal. Und selbst wenn man genau hinhört, dann hört man einfach auch die marginalen, vielleicht kleinen Unterschiede zu Gravedigger. Ist ja versorgen. Aber, mein Gott. Das wievielte Mal spielst du auf dem Summer Breeze? Ja, die Frage ist sehr berechtigt. Dann, wir spielen zum ersten Mal auf dem Summer Breeze. Hör auf. Ja, tatsächlich. Okay. Dann haben wir jetzt zehnmal Wacken oder so. Ja, eben. Keine Ahnung, sechsmal Bang Your Head gehabt oder so. Aber auf dem Summer Breeze spielen wir tatsächlich das erste Mal. Das muss man dann tatsächlich aber erklären vielleicht für die Hörer. Wie kommt es, dass man nach all den Jahren dann doch irgendwann mal eingeladen wird und vorher aber nicht? Ist es Zufall oder was ist es? Ich habe keine Ahnung, aber im Endeffekt ist einfach der Fakt, wir freuen uns hier zu sein. Wir werden gleich noch eine geile Show abliefern. Und ja, besser als niemals, sag ich nur. Das stimmt. Was haben deine Kollegen von Grave Digger zu deinem Soloalbum gesagt? Der Jens, unser Bassist, findet es richtig geil. Axel hat gar nichts gesagt und Markus findet es auch gut. Gut, wenn gar nichts sagen, ein Statement ist, dann weiß ich nicht, aber okay. Ich habe jetzt nicht großartig nachgefragt. Ja, aber das ist tatsächlich Soloalbum bis Soloalbum. Hättest du Bock, das Ding auf die Bühne zu bringen oder nicht? Bringen wir ja auch, bringen wir ja auch. Oh. Am 16.09. spielen wir im Kubaner, dann in Glauchau am 25.11., am 2.12. in Lemmys in Friedrichshain. Und da haben wir auch schon acht Songs live gespielt auf der Release-Party am 28.07. im Rockland in Wittl. Wie fühlt sich das an mit einer anderen Band? Ja, es macht auch Spaß. Grave Digger macht Spaß, Stile immer macht Spaß, Musik ist mein Leben. Und daher ist es eigentlich auch egal, mit welchen Musikern ich auf der Bühne stehe. Hauptsache es geht auf die 12. Was, dürfen wir heute Nachmittag erwarten mit Grave Digger? Ja, eine typische Grave Digger-Show halt, ne? Ohne viel Schnickschack, rein in die Fresse, ja? True Heavy Metal und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wir haben jetzt heute keine Double Sack Pfeife oder was dabei. Also das ist ja jetzt auch, seit letztem Jahr haben wir das ja ad acta gelegt und jetzt gibt es wieder puren Heavy Metal. Sehr schön. Neben Heavy Metal hast du ein anderes Hobby. Was ist dein Handicap beim Wolfs? Ich habe Handicap 8,5. Das ist immer noch schlechter wie Alice Cooper, oder? Ja, leider. Ist es ein Traum, dass du sagst, ich will mal eine Runde mit Alice? Ah, erzähl. Ja, ja, es war 2006, habe ich zusammen mit Alice Cooper gespielt, der war hier mit dem Purple auf Tour. Im Vorprogramm bei dem Purple und über meinen damaligen Golflehrer habe ich die Chance gehabt, mit ihm zu spielen. Netter Typ. Er ist nett, aber wer ist da? Er spielt halt einfach nur geil Golf und wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß. Sau gut. Wie geht es dann nach Konzerten und Festivals, wie geht es denn mit Grave Digger weiter? Äh, ja, wir haben ja noch einige Sachen dieses Jahr und ja, es geht live-mäßig, geht das immer weiter, auch bis ins nächste Jahr und werden mal jetzt im Herbst anfangen, neue Songs zu schreiben für das erste Album, was dann im Januar 2022 erscheinen wird. Okay, okay. Aber da reift es in meinem Kopf, also es gibt schon einen Plattentitel und es gibt schon eine Cover-Idee und es gibt schon diverse Song-Ideen, aber da schauen wir in aller Uhr immer weiter. Ah, okay. Jetzt will also keine Best-of. Ich habe ein nagelneues Album. Sehr schön, sehr schön. Was habe ich vergessen zu fragen? Ich glaube nichts. Es ist Wahnsinn, wie eine Fliege wirklich während des Interviews auf meiner Nase landen kann. Jetzt wird das im ganzen Leben passiert. Hier passiert es. Landet es nicht auf meiner Nase? Es ist Wahnsinn, oder? Wir sind fertig. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Bei uns spricht jetzt nur noch die Musik. Sehr geil. Dann sage ich Danke und dann machen wir ein bisschen was. Vielleicht machen wir euch noch eine schöne Zeit hier. Schwimm nicht weg.